15 merkwürdigsten Insekten der Welt Wir kennen hübsche Schmetterlinge und niedliche Marienkäfer. Natürlich auch ungeliebte Insekten wie Blattläuse und Kakerlacken. Aber es gibt Insekten und Spinnentiere, die uns nicht jeden Tag begegnen und wirklich außergewöhnlich aussehen. Fliegen mit Skorpionstachel, Spinnen mit Pfauenfedern oder Käfer, die einen Hals wie eine Giraffe haben. Auf den folgenden Seiten lernst du all diese Tiere kennen und erfährst spannende Infos darüber, warum sie so aussehen und wo sie leben. Pfau oder Spinne? Beides. Wissenschaftlich. Name, Marathus Wohlands Lebensraum, Australien wo? Was für eine farbenprächtige Spinne. Am Kopf hat sie bunte Streifen und am Hinterleib eine Platte mit schillernden Schuppen. Sie lässt sich aufstellen, ähnlich wie der Pfau mit seinem schönen Federkleid. Beide Tiere versuchen damit beim Ballstanz ihre Angebitäten zu beeindrucken. Bei der Pfauenspinne braucht man aber schon gute Augen. Sie wird nur 3,8 bis 6 mm groß und ist sehr flink. Also würde es hier nicht heißen, Pfui, Spinne, sondern Pfau, Spinne. Erbildschwanzhai. Das ist doch Raupi. Wissenschaftlich. Name, Ceruravinula Lebensraum, Europa, China Sieht die Raupe dieses Schmetterlings nicht fast so aus wie das Pokémon Raupi? Besondere Attacken hat weder das Pokémon noch die Raupe drauf, aber, die Raupe hat eine besonders ungewöhnliche Art der Verteidigung. Wenn sie sich bedroht fühlt, zieht sie den Kopf in den Körper zurück und präsentiert dem Feind ihren roten Mund und zwei Augen. Sieht aus wie ein Gesicht mit weit aufgerissenem Mund. Na, wenn es den Feind abschreckt. Zikade hat seine Brechstange immer dabei wissenschaftlich. Name, Pyrupskandialaria Lebensraum, Vietnam, Hongkong, Laos, Thailand Die Spitzkopf-Zikade der Art Pyrupskandialaria ist außerordentlich bunt und hübsch anzusehen, auch wenn der lange, schmale Rüssel etwas eigenartiger anmutet. Hat er einen tieferen Sinn? Ja. Der Rüssel funktioniert wie eine Mini-Brechstange, um die Borke von Bäumen aufzuhebeln. Darunter befindet sich nämlich leckerer Baumsaft, von dem sich das Insekt ernährt. Seidenspinnerkohles-Pokémon Wissenschaftlich Name, Hyalophoracekropia Lebensraum, Nordamerika also, wenn das keine Vorlage für ein Käfer-Pokémon ist. Der Riesenseidenspinner ist ein Nachtfalter aus der Familie der Pfauenspinner. Der Zusatzriesen kommt nicht von ungefähr, das Insekt hat eine Flügelspannweite mit bis zu stolzen 15 cm. Übrigens, während Sie als Raupe ordentlich reinhauen, fressen Sie später gar nichts mehr. Denn, wenn Sie als ausgewachsenes Tier aus Ihrem Kokon schlüpfen, haben Sie keine Mundwerkzeuge mehr. Daher leben Sie auch nur eine Saison. Heuschrecke Achtung, Stachlich Wissenschaftlich Name, Panacanthuscus pedatus Lebensraum, Zentral- und Südamerika Diese Laubheuschrecke hat zahllose Stacheln, die über den ganzen Körper verteilt sind. Das kann für Feinde äußerst schmerzhaft werden. Auch die Mundwerkzeuge haben es in sich, sie sind so scharf, dass sie selbst durch menschliche Hautringen können aber nicht ernsthaft verletzen. Bogenbladthornkäfer Bunt, bunter, Fahneus-Windex Wissenschaftlich Name, Fahneus-Windex Lebensraum, Nordamerika Der Bladthornkäfer schillert in den kräftigen, metallischen Farben. Sogar seine Antennen leuchten orange. Auf dem Kopf hat er ein schwarzes, langes Horn, das er im Kampf mit männlichen Rivalen einsetzt. Im Deutschen hat der Bladthornkäfer noch keine offizielle Bezeichnung, Aber der englische Name ist bezeichnend, Rheinbos-Karab zu Deutsch Regenbogen-Skarabeus. Der Bladthornkäfer ist übrigens kein Schädling, sondern sehr wichtig für die Natur. Er verarbeitet Kot und reguliert dadurch die Vermehrung von Fliegen. Einen Käferfühler wie kleine Wischblätter wissenschaftlich Name, Repicera femoralis Lebensraum, Australien-Anu Was hat er denn für Fühler? Will der Käfer damit was putzen? Wir hätten hier im Tierchenwälde-Büro noch ein paar Fenster. Der Käfer ist bislang noch wenig erforscht, ebenso die Funktion seiner Fühler. Aber was wir wissen ist, dass er zwischen 10 bis 25 mm lang wird. Einen deutschen Namen hat er noch nicht. Im Englischen wird er theaterhorned beetle genannt, federgehörnter Käfer. Wänzchen ist das nicht ein süßer Kolibri? Wissenschaftlich Name, Makroglossumstellatarum Lebensraum, Europa, Nordafrika Dieses Tier schlägt sehr schnell mit den Flügeln, hat einen langen Schnabel und trinkt Nektar. Nektar? Ja, das muss ein Kolibri sein. Oder? Irgendwas stimmt doch da nicht, in der Tat. Das Taubenschwänzchen ist kein Vogel, sondern ein Nachtfalter aus der Familie der Schwärmer. Der Saugrösel, der dem Schnabel eines Kolibris so ähnlich sieht, ist fast 3 cm lang. Übrigens, der Hinterleib des Schmetterlings erinnert an den von Tauben, daher der Name Taubenschwänzchen. Der Raupe mit Gesicht wissenschaftlich Name, Papilio Troilus Lebensraum, Nordamerika, Südkanada, Florida Der Ritterfalter ist ein hübscher, großer Falter Doch bevor man seine prächtigen Flügel bewundern kann, zeigt er als Raupe und freiwillig sein lustiges Gesicht. Was meinst du? Skorpionsfliege wie aus einem Science-Fiction-Film wissenschaftlich Name, Panorby der Lebensraum Weltweit wurde hier ein Skorpion mit einer Fliege gekreuzt? Ist die Skorpionsfliege das Ergebnis von verändertem Erbmaterial aus einem geheimen Forschungslabor im Jahr 2030? Könnte man fast meinen, aber sie sieht tatsächlich von Natur aus so aus. Das, was einem Skorpionsstachel am Hinterleib ähnelt, besitzen aber nur die Männchen. Mit ihm erzeugen sie einen betörenden Duft, der weibliche Skorpionsfliegen anzieht. Weinschwärmerraupe oder Schlange? Wissenschaftlich Name, Dalifila Elpenau Lebensraum, Europa, Asien Auch wenn die Raupe des mittleren Weinschwärmers nur 8 cm lang wird, der Schreck ist groß. Wenn man es in unmittelbarer Nähe im Gras entdeckt, es könnte eine giftige Schlange sein. Die braune Tarnfarbe und die bedrohlich wirkenden Augenflecken sehen einer Schlange recht ähnlich. Bei einem flüchtigen Blick, könnte man leicht getäuscht werden. Pfennheizkäfer Da will aber jemand hoch hinaus. Wissenschaftlich Name, Trachelophorus girafa Lebensraum, Madagaskar Also, wenn dieser Käfer mal friert, braucht er einen wirklich langen Schall. Zum Einsatz kommt sein unglaublich langer Hals im Kampf mit anderen männlichen Giraffenhalskäfern. Außerdem setzt er ihn beim Nestbau ein. Übrigens, Giraffenhalskäfer gehören zur Familie der Blattroller. Sie heißen so, weil das Weibchenblätter so einschneidet, dass sie sich einrollen. In diesem gerollten Blatt legt sie ihre Eier ab, so sind sie gut geschützt. Schaber XXXS Ameisenbär? Wissenschaftlich Name, Zionus Hortolanus Lebensraum Asien, Europa Die feinen Herrchen und der lange Rüssel lassen den Gartenblattschaber ein klein wenig wie ein Ameisenbär aussehen. Mit dem Rüssel holt er aber keine Ameisen oder Termiten aus ihren Bauten, sondern hilfreich beim Fressen von Pflanzen. Er gehört zur Familie der Rüsselkäfer, die sehr artenreich ist. Er ist hauptsächlich in Asien und Europa, auch in Deutschland, verbreitet. Ügidä die Knuddelraupe Zirpe Fantasy oder Horrorcharakter? Wissenschaftlich Name, Bozydium Globulare Lebensraum Südamerika Die Buckelzirpe Bozydium Globulare aus Südamerika hat an ihrem Kopf einen Stab mit vier kleinen Kugeln. Man könnte jetzt denken, dass dies die Augen sind und das Tier durch die höher gelegenen Augen vielleicht besser sehen kann. Die Kugeln bestehen jedoch einfach nur aus panzerartigem Material, die Augen liegen seitlich am Kopf. Ihre genaue Funktion ist bislang nicht ganz geklärt. Der lange Widerhaken und die Kugeln des Kopfschmuckes sind aber von Feinden schwerer herunterzuschlucken. Vielleicht also eine Art Verteidigungsstrategie Käfer Bozydium Globulare.